Hey Leute, herzlich willkommen zum weiteren Solo Queue, raus aus der Edo Hell. Ich bin jetzt selber 5 und heute spiele ich die Riven Toplane gegen Yorick. Ich hätte auch gerne Leasing genommen, weil ich gegen Yorick immer Leasing nehme. Und das W-Max und das E und dann kann er gar nichts mehr gegen mich machen. Aber, um hier mal ein bisschen Variabilität reinzubekommen, Flexibilität, werde ich mal die Riven spielen. Und all in gehen. Ja, das wäre ein Flash gewesen. Jetzt habe ich hier auch gekneit. Wo ich in die Carry gespielt habe, habe ich übelst oft F gedrückt, weil ich gekneiten wollte und habe einfach mit AHP Barriere angemacht. GG. Okay. 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 Was ist die Onik? Was? Okay, das reicht. Was? 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 Das war ich jetzt Panic Ignite. Zuuu Guter Start Direkt mal Leistung So long I've wandered My spirit is not lost I don't know what to do Choose your own path I don't know what to do I don't know what to do So Let's go Go to your power You can't go I don't know You can't go I can't go I can't stop I can't stop Lass But How should I proceed? Scheiße, ich hätte gerne ein Double Kill gehabt What? What? Ich dachte schon So, ich habe die Gnite, ich warte jetzt hier und gehe einfach rollen Level 4 Ich verpasse jetzt wohl hier ein paar Minions What? Ah, ist doch schlecht Wird gleich reingehen müssen Wo er Gefacecheckt hat Oder wollte facechecken, wo er so nah dran war War natürlich ein Epic Fail Schade Gut Damage Healing Ich habe ein passives Spiel Genau, tut bloß 18 Okay Hm 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 Ich habe das 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 Flasch 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 Ich habe das Ich habe das Ich habe das Jaaaah! Kill, but land, GG. Okay. Ja, komm, 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 komm. Versuch jetzt mal hier. Halbwegs zu baden. Oh. Oh, ich hab den Speer abbekommen und sonst hätte ich Yorah gekillt. Aber, Fail. Boah. Das mach ich nur. Wieso bin ich so greedy? Oh, lol. Hätte er das getroffen. Okay. Good job. Drillen geh ich auf Hydra, Blutdürster. Geh voll in die. Wie eigentlich auch. Immer. What? Ich bin nur noch nicht. Oh, Mann. Ich bin nur noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich bin nur noch nicht. Wieso das? Nein, das mache ich. Okay. Ich bin nur noch nicht. Hm, so steh ich jetzt nicht, was er mir macht. Dead Ignite. Ich baue einfach alles durcheinander, wie immer. Hat er einfach zu viel Rüstung jetzt, oder was? Ich habe mich einfach nicht einsperren müssen. Dass er mir so viel Schaden gemacht hat. Ey, das ist voll dieser Scheiß, wenn du stehst am Tower, denen so eine Scheiß Golems machen, die einfach nur Schaden. Nervt sowas an, ey. Wer ist dreimal gesturmen, wer ist denn wieder in unserem Team? Johnny Cash. Keine Rolle so. Oh, ihm kann Schaden hier. Oh, ihm kann Schaden. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja, oh Gott. Diese Scheiß Ultifamil. Ich bin. Ich bin. Ohohohohohohoho. Ganz ehrlich, er baut noch einen Dorans am Ende? Wird er mich verarschen? Ah, shit, ja. Ja, mit dem Tower kann ich nichts machen, deswegen form ich jetzt hier auch Golems. GG, Needleer and Nogrine. Learn from your mistake. What conflict awaits you. Das war's. Ich schucke diese Golems an, die sind so ein Scheiß-Champion, ganz ehrlich. So, jetzt reicht's mir auch mal hier. Ich brauche jetzt einfach meine ganzen Help-Procs. Zack. Ja, hier ist es. So long I've wandered. ehrlich das wäre übelster fail das war unnötig einfach nur warten müssen hätte die hochwerfen müssen wenn ich jetzt dann drücken gut ist ja du hast das gemacht mein freund oder nicht komm ich hier auch so rüber Nein, ich habe einen anderen Sof, ich habe einen Runden. Das wäre großartig. Das ist Wahnsinn, diese scheiß Golems, jedes Mal. Das ist Wahnsinn. Zum 58. Malen komme ich so. Jetzt töte ich die Dinger einfach instant. Sup. Fight. Auf der Schmabe. Das war's für heute. Fucked up! 108 Bundesdamage ist so okay. Kommt die her? Schon mal ein bisschen kämpfen. Ja, die kommen. Kommt die her? Lassen, 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 lassen. Wut? We asked the ult. My spirit is not lost. Wut? 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 Ja. Okay. Das war's für heute. 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 Das kann ich glaube ich nicht mehr retten. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. Oh, das war's für heute. GG. Oh, das war's für heute. 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 da ist der gg kajua der ist mal wie damage der jetzt bekommen hat schon wie wird es es ist es ist es ist es ist es ist es ist es es Jaaa! Ich bin schon der Ulti GG Jo das war Riven Viele Fails dabei, lange nicht mehr gespielt Aber es ist eine gute Plattform, um das wieder zu üben Gehen wir nochmal an die Statistik Jo, da zieht nochmal Statistik, plus 24, nice Geht vorwärts Gut, haut rein Leute, ciao, ciao, ciao